hallo zusammen und willkommen zu diesem video heute geht es mal um die frage kann die neue lumina funktion tatsächlich ein porträt objektiv zum beispiel 85 millimeter mit einer offenen 1.8 ersetzen oder zumindest gleichwertig simulieren was macht dann ein gutes porträt foto aus natürlich es sollte ich nur scharf sein sondern es soll nur in einem bestimmten bereich scharf sein das heißt vordergrund und hintergrund hätte ich gerne schön unscharf das heißt mein eigentliches motiv mein model soll hier freigestellt sein wie erreicht man das am besten es gibt zum beispiel besondere brennweiten hier mein tamron 85 mm mit einer offenblende 1.8 ist prädestiniert für die porträt fotografie ich nutze das tamron gerne in der hochzeitsfotografie fürs paar shooting du musst du dich zwar ein bisschen mehr bewegen du kriegst mit der offenblende 1 8 tatsächlich sehr sehr schöne ergebnisse hin jetzt kostet natürlich solch ein offenblendiges objektiv auch wenn es von tamron ist immerhin noch 1000 euro preis nach oben ist natürlich offen für andere objektive da stellt sich natürlich einem schnell die frage tja brauche ich das für die porträt fotografie oder reicht vielleicht mein kit objektiv aus oder ein anderes objektiv mit dem ich halt nicht so offen wenn ich fotografieren kann und dafür nutze ich dann eben eine software zum beispiel gibt es ja lumina die ja mit ihrem neuesten upgrade auch die porträt funktion hinzugefügt haben das heißt lumina verspricht hier den hintergrund schön weich zu zeichnen und eine person im vordergrund freizustellen und das ganze soll tatsächlich ebenbürtig einer entsprechenden porträtlinse sein also zumindest wenn man der werbung von lumina glaubt und wenn man auch vielen youtuber glauben schenken darf die das ganze halten lumina porträt funktion das beste was ich jemals gesehen habe die top software und was ich nicht schon alles in videos gehört habe jetzt habe ich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen so ein kleines bisschen mit lumina gebrochen das liegt einfach daran dass mir die performance mit der lumina arbeitet einfach absolut zu lahmarschig ist in ihm wenn ich mit vielen fotos arbeite wenn ich mit einer hochzeit nach hause komme und habe 2 3000 fotos und die will ich bearbeiten dann kann ich das nicht bei lumina weil es einfach zu langsam ist aber grundlegend ist natürlich interessant für jeden der mal ein porträt fotografierten einzelporträt vor seinen kindern frauen was auch immer frauen ist auch schön also vielleicht von einer frau die ihr habt also ihr sollte dann der einen nicht das bild von der anderen naja ihr wisst schon sowas zum beispiel wenn er jetzt nur ein zwei fotos hast und du hast eben kein objektiv was so sehr lichtstark ist so offen bländig dann ist das tatsächlich ja vielleicht eine alternative habe ich mir gedacht habe mir die neue version natürlich heruntergeladen habe das neue update gemacht und habe mir dann mal meine große tochter geschnappt und habe mal zwei schnappschüsse gemacht ich muss dazu sagen ich habe beide fotos mit dem tamron 85 millimeter gemacht habe einmal ein foto erstellt offenblende 1.8 das seht ihr hier und da sehen wir natürlich ein schönes bokeh so wie man sich vorstellt in der porträt fotografie und auch in der person selber sieht man ja schon dass der dass die tiefenschärfe bereits abnimmt die schulter die linke schulter ist schon so ein bisschen unscharf perfekt man sieht feine details in den haaren schöne porträt aufnahmen auch wenn es nun schnappschuss ist und auch noch nicht nach bearbeitet ist und wahrscheinlich meine große tochter mich verfluchen wird warum ich so ein foto jetzt hier online stelle aber er hat es mir erlaubt im endeffekt so das gleiche foto habe ich dann noch mal gemacht indem ich einfach die blende geschlossen habe und zwar habe ich jemanden blende 16 genommen selbst bei blende 16 seht ihr haben wir immer noch bei 85 mm war so leicht verschwommenen hintergrund ist aber ein himmelweiter unterschied natürlich zur offenblende tja und jetzt ist die frage kann lumina mir aus dem foto mit der offenblende ein entsprechendes pendant zu meinem porträt foto liefern dass ich sehr offenblendig geschossen habe und um die frage zu klären nehmen wir beide fotos und gehen damit mal in lumina beide fotos habe ich jetzt also in lumina in der aktuellsten version geladen auf der linken seite das geöffnete foto seht ihr geschossen mit dem 85 mm und einer offenblende 1.8 wir haben eine schöne freistellung ich habe den augen autofokus der canon air benutzt und auch die haare sehr feine details sind zu erkennen und die linke schulter läuft schon so ein bisschen unscharf aus also ein typischer schöner bouquet effekt schauen uns jetzt parallel dazu das zweite foto an blende 16 ja irgendwie hätte es auch mit dem handy geschossen sein können klar selbst bei 85 mm und blende 16 ist so eine leichte unschärfe im hintergrund aber da schauen wir uns jetzt mal an was lumina hier mit der porträt funktion draus machen kann dafür gehen wir mit dem menge regler auf einen wert von 50 oder beginnt lumina zu rechnen und zwar erstellt lumina eine automatische maske um unsere freizustellende person wenn wir mit dem maus cursor rüber gehen linke maustaste drücken dann sehen wir jetzt rot markiert hier unsere maske auf den ersten blick sieht das ergebnis gar nicht schlecht aus mir fallen gleich einige sachen auf und zwar sind die blätter hier oben im rechten bereich die sind zwar schön unscharf aber sind sie unschärfer als der linke bereich hier unten rein optisch dürfte das aber nicht sein denn die blätter oben rechts sind viel dichter an mir dran von der entfernung als unten links das gras um den effekt noch ein bisschen zu verstärken gehen wir jetzt mal mit einem wert von 70 hier an das ganze heran das heißt der hintergrund wird noch ein bisschen unschärfer gezeichnet jetzt fallen mir allerdings schon die ersten sachen auf und zwar die haare tja lumina hat da sehr sehr viel beschnitt reingenommen und wir sehen hier das sind sogar teile der haare einfach entfernt worden um das ganze entsprechend frei zu stellen also detaillierte haarstrukturen damit frei zu stellen das ist offensichtlich sehr sehr schwierig und bekommt auch die ai funktion von lumina hier nicht wirklich in den griff zusätzlich können wir jetzt den hintergrund noch etwas bearbeiten tiefenkorrektur mal hier extrem auf den wert minus 100 gesetzt damit das ganze noch weich gezeichneter ist ja und das kommt denke ich schon dem offenblendigen foto mit der offenblende 1 8 ziemlich nah ist noch nicht das gleiche aber es ist schon sehr sehr ähnlich wer sich da nicht auskennt und nicht wirklich viel mit offenblende fotografiert der könnte tatsächlich denken ja das könnte auch offenblendig fotografiert sein was mir jetzt hier wieder auffällt ist die tatsächlich ihr seht jetzt live eins zu eins die lange ladezeit nur wenn ich zwischen zwei bildern hin und her switche und das ist natürlich bei vielen bildern immer noch ein problem auch haarstruktur hier seht es ein problem das kriegt lumina nicht richtig rausgerechnet da sind sehr sehr grobe masken die hier erstellt werden gerade bei sehr feinen haaren geht dann eben viel verloren auch ränder korrektur aber damit in den plusbereich gehen dann seht ihr es nochmal auch hier rechnet lumina und rechnet und rechnet und rechnet und das dauert einfach zu lange finde ich dann seht ihr dann gibt es nochmal viel mehr beschnitt da fehlen jetzt teile der haare das ganze wirkt eher so ein bisschen wie ein scheren schnitt wenn wir hier auf die ränder korrektur auf null gehen nicht minus sondern auf null rechnet hier lumina auch wieder dann seht ihr ja da bekommen wir zwar so ein paar haare wieder mit rein aber da fehlen halt sachen auch oben und hier an den seiten sehen wir es fehlen sachen es ist nicht sauber ausgeschnitten wir kriegen diese feinen haar details auch hier bei der vergrößerung lumina rechnet und rechnet also wenn du damit dein geld verdienen willst naja dann bist du ziemlich verloren ja ihr seht sie die markierung die einzelnen haare kriegt lumina halt nicht hin die rai-funktion greift da einfach leider noch nicht zum vergleich nochmal hier offenblende 1.8 ich lade euch das ganze mal auch hier lädt lumina wieder sehr 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 lange es ist ein graues wenn man davor sitzt und damit tatsächlich wirklich arbeiten will wenn du nur ein foto hast ja und jetzt hier nochmal offenblende 1.8 sehen wir sehr schön oben die härchen freigestellt auch hier ihr seht das foto ist noch nicht wieder final geladen ich könnte jetzt hier das ganze noch nicht wieder bearbeiten schauen wir uns final jetzt noch mal die vorher nachher vergleichs ansicht hier in lumina an links die geschlossene blende 16 und rechts das nachbearbeitete foto also den vorher nachher effekt ja wir haben ein bouquet hintergrund das ist steht hier völlig außer frage bouquet auch sehr schön schön weich würde ich sogar als gut bezeichnen aber lumina schluckt mir hier zu viele details das ganze sieht mir zu künstlich aus den direkten unterschied zeige ich euch hier nochmal linke seite haben wir hier das tatsächliche foto das porträt foto mit der offenblende 1.8 85 millimeter und rechts daneben tja was lumina daraus gemacht hat bouquet effekt im hintergrund ja das hat lumina gut hinbekommen aber die freistellung die ist einfach zu mangelhaft und gerade im porträtbereich wirst du immer feine details im vordergrund haben die du abbilden möchtest und auch sieht man im linken foto bereits einen schärfetiefen verlauf in der person selber wenn ihr mal auf die rechte und die linke schulter schaut dann seht ihr auf der linken schulter läuft das ganze schon weich aus nach hinten auf der rechten seite bei lumina tja da ist es natürlich nur ausgeschnitten es ist einfach ausgeschnitten und der hintergrund der ist dann unscharf gezeichnet mehr oder weniger schön tja was ist jetzt mein ergebnis von lumina porträt lumina porträt kann einen bouquet effekt im hintergrund erzeugen es kann ihn simulieren das auch tatsächlich gar nicht schlecht aussieht im vergleich zum original bouquet offenblende 1.8 was lumina nicht kann ist die tiefe so richtig unterscheiden ich habe es immer wieder im bild gesehen dass der baum der oben rechts war der war wesentlich unschärfer als das gras was unten links wesentlich weiter hinten im bild war das ist natürlich optisch bei einer normalen porträtlinse funktioniert das nicht da ist das gras wesentlich unschärfer und naja das ist noch nicht so ganz stimmig das wäre auch grundlegend auch gar nicht das problem was ich sehe das größte problem was ich sehe sind einfach die details die lumina nicht rausarbeiten kann lumina erstellt eine gute maske das muss man sagen lumina rechnet kurz wenn du das bild lädst naja sagen wir kurz und erstellt eine gute maske die war wirklich gut jetzt hier im porträt aber die feinen details die schneidet der lumina einfach weg und die fehlen dann und damit wirkt das finale bild ja so ein bisschen wie mit der schere ausgeschnitten oder wie eine schlechte fotomontage sagen wir es mal so denn lumina macht tatsächlich eine maske es bleibt im vordergrund alles scharf das heißt meine person bleibt scharf und nur der hintergrund wird eben ja unscharf dargestellt das ganze wirkt dann es wirkt nicht es wirkt nicht und du siehst einen deutlichen unterschied zu einer offenblende oder zu dem was lumina die her jetzt ausgibt und auch in der schie in der tiefen schärfe der person die person ein bisschen schief steht also ein bisschen schräg zur kamera dann fängt natürlich hier die unschärfe an es wird scharf und dann wird es unscharf wenn ich eine porträtlinse nutze wenn ich eine offenblende nutze das kann lumina nicht lumina macht dann alles scharf denn offenblende geschlossene blende ganz klar da ist die person natürlich scharf gezeichnet und das übernimmt lumina und das ist ein großes problem und da ist auch der große große unterschied tatsächlich zu einer porträtlinse kann man das jetzt empfehlen im gegensatz zu einer porträtlinse mir blutet da ein bisschen das herz muss ich euch ganz ehrlich sagen also ich als fotograf würde dann sagen leute sucht euch eine gute gebrauchte linse mit einer schönen offenblende 85 mm 100 mm und dann macht damit eure porträt fotos also lumina kann aus meiner sicht in meinem beispiel was ich hier hatte mit vielen details in den haaren keine porträtlinse ersetzen es macht einen schönen und scharfen hintergrund gar keine frage das haben wir gesehen da gibt es nichts zu meckern aber die freistellung die ist wirklich wirklich mangelhaft und ich bezweifle auch dass du das mit ganz ganz feiner nacharbeit hier so hin bekommst dass das aussieht als würdest du sehr offenblendig fotografieren und was erschwerend hinzu kommt ich habe es euch im video ja wieder gezeigt sind die sehr sehr langen zeiten die lumina zum laden der entsprechenden einzelnen bilder braucht selbst wenn ich nur zwei bilder und ich hatte nur zwei bilder quasi zum workflow drin und wenn ich hier hin und her zwischen den beiden bildern und ich habe keinen langsamen pc sondern ich arbeite viel mit bildbearbeitung und ich brauche wirklich viel rechenpower das ist unterirdisch leute das ist wirklich unterirdisch wenn du mal ein bild bearbeitet ja wäre es vielleicht noch akzeptabel aber wenn du mal 20 30 40 50 bilder bearbeiten sollst leute da müsst ihr euch eine woche urlaub nehmen damit ihr diese fotos final bearbeiten könnte ich kann es leider nicht voll nachvollziehen warum viele das viele youtuber das zu halten also ich kann es nachvollziehen weil nun ja hat ein sehr gutes affiliate system da gibt es vier provisionen wenn du das empfiehlst aufgrund dieser funktion lumina porträt würde ich es tatsächlich wenn jetzt jemand sagt ich suche eine gute software für günstigen preis klar machen uns nichts vor der umfang ist groß bei lumina du kannst viel bildbearbeitung machen aber wenn jetzt jemand denkt dass er damit wirklich ein porträt nachstellen kann nachbauen kann das wird nichts da kann ich der lumina tatsächlich nicht für empfehlen grundlegend ja für den hobbyfotografen ist okay du hast keine monatlichen gebühren du kaufst das einmal landschaftsfunktion sind gut du erreichst schnell ein gutes bildergebnis in der landschaftsfotografie muss ich ganz ehrlich sagen sehr lange rechenzeiten damit musst du eben leben wird dir wahrscheinlich als hobbyfotograf auch gar nicht so das wird dir egal sein das ist halt einfach so aber diese funktion jetzt speziell lumina porträt kann der porträtlinse nicht das wasser reichen dann spart lieber ein bisschen kauft euch eine schöne porträtlinse gibt es auch gebraucht muss nicht das teuerste und das neueste modell sein dann kriegt er schönere ergebnisse und dann werden auch die leute die ihr fotografiert haben werden auch sagen mensch das aber ein schönes foto geworden was sie jetzt hier von mir gemacht hast also final kann ich euch sagen kann lumina porträt eine porträtlinse eine richtige porträtlinse das wasser reichen nein kann es nicht nicht mal annähernd aus meiner sicht ihr lieben ja damit ist diese frage für mich geklärt lumina wird auch wieder auf dem desktop bei mir irgendwo in irgendeiner ecke verschwinden und ich werde es auch weiterhin leider nicht mehr nutzen auch wenn ich es gekauft habe für den damaligen vorzugspreis ist es mir einfach zu lahmarschig und das ergebnis ist leider nicht gut genug für die porträtfotografie landschaftsfotografie ist es okay du kriegst du gute ergebnisse schnelle ergebnisse aber diese funktion naja dann musste lumina noch ein paar hausaufgaben machen vielleicht habt ihr ja selber schon porträt fotos mit dieser neuen funktion lumina porträt bearbeitet dann schreibt mir doch mal eure meinung und eure ergebnisse unten in die kommentare wie es eure erfahrung damit sagt ihr für mich reicht das dass ich habe nur glatte haare vielleicht habe ich auch gar keine haare meine frau hat gar keine haare also auf dem kopf und deswegen spielt das für mich keine rolle oder sagt ihr ja das ist eben auch so ladezeit sehr sehr lang und so kleine details kann lumina einfach noch nicht erfassen nicht rausarbeiten und das ist eben grund warum du es vielleicht selber auch dafür nicht nutzt all das schreibt mir doch mal gerne unten in die kommentare und ansonsten wenn euch der kleine test hier über die lumina porträt funktion gefallen hat und ja ihr mich auch in dem nächsten video wiedersehen wollt dann lasst auch jetzt gerne einen daumen hoch da unten abo wenn ihr es noch nicht getan hat in diesem sinne bis dahin